Hallo, hier ist die Ecke und ich bewirte heute den Matthias und zwar in meinem Büro in der Oldtimerfabrik in Neuolm. Und da darf der liebe Matthias bei mir auf dem Schreibtisch schlafen, weil mein Büro so klein ist und ich wollte ihn nicht auf dem Boden liegen lassen. Also anfänglich habe ich mich gegen Facebook gewehrt, aber inzwischen habe ich festgestellt, wie häufig ich mit Freunden kommuniziere, mit denen ich vorher nicht so kommuniziert habe. Wann bin ich das erste Mal online gegangen? Das kann ich nicht mehr genau beantworten, ob es 96 war oder 98, aber ich weiß, wie es war. Meine große Schwester war im Chatten und das kannte ich überhaupt nicht, aber das Interessante dabei war, sie hat den Mann, mit dem sie gechattet hat, in Düsseldorf geheiratet. Also ich bin in Facebook, weil ich über Facebook viele alte Freunde, wo ich keine Kontakte mehr habe, wieder getroffen und wieder gefunden habe. weiter. festних freut but we 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 Untertitelung des ZDF, 2020